Und damit willkommen zurück zu The Renaissance. Ja, unser Feldzug geht in Deutschland erstmal weiter. Wir sind hier in Köln. Oder was einmal Köln war. Zum Glück haben wir das Kommando. Zum Glück. So, wir werden mit euch und euch. Zack, zack. Ihr kommt mal mit. Das sieht hier aus. Ja gut, um das Reingebiet herum. Ist ja alles komplett zugemauert mit Tiberium. Zack, zack. Die bleiben uns mal hier oben. Die sollen schützen. Oh, David Stater. Scheiß was drauf. Weg mit dem hier ist dann noch so echt ein paar Gegner hier. Können wir den ganzen Vorort hier klären. Weil nachher noch Verstärkung hier kommt. Möchte ganz gerne hier das Gebiet sicher haben. Unsere alte Basis. The lower Panzer. Oh, hältst du nichts aus? Das sind solche Drecksteile. Zack, 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 zack. Weg mit euch. So, sind noch mehr Viecher hier. Mitkommen, mitkommen, mitkommen. Ja, hier oben würde ich ganz gerne kämpfen. Geht aber leider nicht. Müssen wir nachher zurückkommen. Let's move. Wir hören ya. Let's go. Ah, they're everywhere. Stay focused. We're going in. Good God, this city is crawling. Wir werden ja wieder mal rein. Ah, guck, das fiel ich mal an. Und tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Ich weiß, die Karte sich halt auf. Ähm, das ist wohl ein kleiner Fehler hier. Riefel-Squad. Affirmative. Oh, doch nicht. Ich dachte, die Karte sich erweitert. Habt ihr das gerade gesehen? Die Engineering-Detail kann einigen Feuer-Support geben. Ich kriege ja schon Herz-Kastbar hier. Kommt mal mit. Move. Das verstehe ich gerade überhaupt nichts hier. Aber egal, wir kämpfen noch mal weiter. Wo ist die andere Pissbacke? Okay, die greifen ja schon an. Das ist sehr gut. Mitkommen, mitkommen, mitkommen. So, müssen unsere Leute das mal befreuen. Ich weiß, wir müssen unsere Leute hier rausholen. Ganz wichtig. Wie viele Viecher hier oben laufen. Was passt, 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 gut. Jetzt müssen wir alle mitkommen. Nein, 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 nein. Ich hasse es. Ich hasse diese Biester. Ich habe alles, was ich brauche. Am ich aufgeteilt? So, das haben wir. Ihr kommt hier rein. Bleibt die Wehmein bereit. Das ignoriere ich mal ganz gekonnt, dass da der Sammler langgefahren ist. Setz ihn auf und ich schläge ihn. Ja, der hält ein bisschen mehr aus, der Kollege. Junge, verpiss dich doch. Bist du dumm. Oh, wie ich das Kommando teilweise hasse, ne? Ja, genau, greif nochmal an. Greif nochmal an. Du bist auch echt der Held des Jahrhunderts, doch. Ja, komm, 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 komm. Komm, 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 mach erstmal hier, alles fertig. Genau deswegen können unsere Leute da nicht hingehen, und normalen. Er packt das so gerade. Dann krieg ich ja nicht gesprengt. So, dann nehmen wir lieber den Trupp hier. Packen nach oben. Du gehst nach unten, Kollege. Let's go to work. Squad ready. Rendezvous point confirmed. I got all I need. It's all ready. Building captured. Objective complete. New construction options. Building. Unit under attack. Objective complete. Building captured. Troopers in the field. Incoming truck. This structure appears to have direct control over the alien forces. Using your newly acquired base, build up a strike force and take it out. Moment. Moment. Mit, komm, mit, komm, mit, komm. Gehst du da oben rein, Kollege? Zack, zack. Gut. Genau, der kommt noch hier. Building captured. Ready for this. Our enemies is under attack. That's right. Building captured. Building captured. Reactive complete. Ready. Juggernaut, Juggernaut, team. Say the two of your service, sir. Let's count on the fire, sir. Building. I'm the Juggernaut. So, Juggernaut, hier kommt man hier vorne mit hin. Ne, 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 lass mal. Machen wir es auf ganz unkomplizierte Art und Weise hier. Our base is under attack. Listen up, missile squad. Missile squad reporting. Keep your weapon ready. Cleared for garrison. Okay, der möchte nicht. Building. Ja, das haben wir auch mal genügend Einkommen hier. Ja, ich weiß, nachher kommt auch Devastator von außen. Irgendwie es hier aussieht. Structure sold. Structure sold. Yes, sir. Squad ready. Geht da mal rein. Construction complete. Repairing. Enemy units sighted. Repairing. Building. Jetzt mal ein bisschen Flugabwehr. Building. Jetzt haben wir auch schon mal hier anzubauen. Aber ich will die Viecher überfallen. Oh, was ist das denn? Oh mein Gott. Construction complete. Ich kann das Viech nicht mal sprengen. Wen willst du hier verarschen? Ich bin da. Ich kann's nicht sprengen. Ich kann's echt nicht sprengen. Süß. Der ist down. Wo haben die denn den? Komm mal her. So. Diskuswerfer. Ganz wichtig. Ja, meine Sohnfrau laufen rein. Haut doch einfach ab. Geht einfach da weg. Lasst es sein. Jetzt noch nicht, Leute. Ich geb schon den Befehl, wenn wir hier loslegen. Wir haben das hier so voll. Kann man machen, muss man nicht. Ich finde es immer ganz lustig, mit ganz vielen Leuten hier anzugreifen. Ja. Sollte sie auch mal hier vorne hinschicken. Wahrscheinlich. Gut, dass der große Käfer hier nichts kaputt gemacht hat. Hier wird mich doch verarschen, oder? Das juckt zu den Fingern gerade. Ach, der ist immer kaputt, sonst macht er unser Sonic-Twinnel im Eimer. Das muss ja... Was soll das? So, kannst du mich mal kreuzbreiten. Noch mal kaputt. Und das... Das meine ich. Oh, er hat's geschafft. Er hat's geschafft und kommt zurück. Das kannst du dir nicht ausdenken. Mit 1%. Ach ja, ab und zu liebe ich diese Bugs einfach. Du befiehlst ihn einfach zurückzugehen. Er sagt erst, nein, nein, nein. Ich gehe erst nach vorne, dann gehe ich zurück. Erst kämpfen, dann nach Hause gehen. Absolut geil. Kannst du so oft klicken, wie du willst, aber der reagiert teilweise nicht. Das ist echt ein Nachteil in der Mod, dass manche Sachen hier nicht funktionieren, aber es ist ja auch eine Alpha. Wenn ihr diese Fehler umgehen wollt, spielt einfach die 1.6 Variante und die 2.0, das zeige ich euch auch in der Not-Kampagne, welche Fehler da auftreten können. Und allgemein läuft das hier. Ja gut, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und bis dann.